so herzlich willkommen zu unserem let's play altes live mit tom hallo und natürlich mit anton ja ich bin gustav von hellenberg ja und das ist er ist tom lupfer wir haben uns schon mal ein bisschen ausgestattet mit dem startkapital was wir hier haben wir haben ein quad geschenkt gekriegt von dem mr white der jetzt schon wieder weg ist und ja und ich habe mich eben noch so gefreut dass es hier nicht legt so ich werde mal schnell das restgeld was ich noch in der hand habe noch mal schnell offen auf die bank bringen das ist eine sehr gute idee weil das könnte so es ist ja so genau ach so er sitzt da noch 17.000 ich muss mir noch hier dingsbums umlegen die sprechtaste muss ich mir noch umlegen weil sonst komm ich ist ja die feststelltaste und schreibe ich andauernd alles anders 675 einzahlen so ich hau dann mal ab einzahlen er macht das nicht einzahlen ach so das muss da weg einzahlen so jetzt der fährt wirklich weg willst du fahren oder soll ich fahren mir ist das egal naja fahr du mal okay dann musst du einmal absteigen oder beziehungsweise auf den sitz wechseln so gut dann kommen sie mal mr tom mr tom ah jetzt so so ein geiles sitzposi guckst du auf die karte wo fahren wir als erstes hin weil ich habe gps du hast gps du leitest mich ne fahr ich jetzt erstmal nach links oder nach rechts wo willst du überhaupt das ist das weiß ich selbst nicht du bist ein held wo willst du tanken tanken erstmal zur tankstelle oder wir fahren zur apfelplantage wir müssen tanken am punkt gesetzt im fahrzeugkanal das heißt du musst das ding sehen da sind wir und dann tanke tanke was sie denn geld versteckt kokain nicht erobert ok äh ja äh wo ich bin blind nördlich von karvala warte mal die karte einmal nochmal zu und nochmal auf nördlich von dem karvala hier hin hallo da komm jetzt chemiefabrik gebiet aber ich bin bestimmt schon zu hoch oder kirschbaumplantage hä wo denn ach da ach du kacke ist das weit hoffentlich reicht uns der tank noch ach da ja ich hab sie ich hab sie hier beim gang versteckt kokain nicht erobert noch weiter unten da vielleicht wenn du vom marktplatz einfach weißt du was ich fahr jetzt rechts und du leitest mich was safe zone du verlässt die safe zone wundervoll wundervoll oh was ist denn jetzt los es laggt hilfe 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 gefahren bin so dann werde ich mal tanken kann man überhaupt tanken natürlich kann man tanken Tanken Quadbike wie viele Liter Tanken es ist vollgetankt so wie es scheint es ist nicht vollgetankt das ist ja nur was ich setze mich mal kurz drauf ich kann nicht was es ist nicht vollgetan hä wie kann ich denn ich gehe jetzt hier tanken dann steht hier Fahrzeuge Quadbike und dann steht hier Zapfsäule aber ich kann hier nichts machen versuch du mal das finde ich aber doof Tom versuch du mal ja ich versuch ich muss ja es noch ein bisschen reinkriegen ja hä wie doof hä wie doof ich komme nicht rauf wie doof ich kann nicht aufsteigen wie doof ist das denn Tom kommst du klar ja du sitzt bei mir immer noch auf dem Bike oh liegt das an mir oder liegt das an dir du sitzt nicht mehr auf dem Bike oder nein okay bei mir ist scheinbar das ah jetzt ah Hilfe es passiert was mega lag ja Verbindung unterbrochen oder was ah jetzt komm komm hallo schmordi hä wie dumm ah jetzt jetzt Tom jetzt bin ich wieder da oder ne ja du stehst bei mir an der Zapfsäule ist das richtig glaubt nix aus geht bei dir auch nicht oder wat ne der muss es ja vollgetankt sein alter es lag so verdammt doll aber ist es ja eigentlich nicht komisch wo kann ich denn sehen ob es voll ist oder nicht na wenn du als Fahrer aufsteigst siehst du oben einen Balken ach so stimmt oh Tommy Fahrer ja alter wieso lag das denn so das muss ja an mir liegen ist doch doof also an mir liegt es noch ja das ist mir klar da ist auch ich ja wie tanke ich guck mal noch einer hat das Problem der hat auch das Problem ne mhm oh was ist denn das das regt mich auf Tom du bist an allem schuld mhm willst du fahren ja fahr du mal lieber ne an die Zappsäule gehen Mausrad rollen und auf tanken musst aber genug wir haben kein Bargeld dabei Tom ja das ist kein Problem denn Geld äh Quatsch im Geldautomaten ähm ähm Dingszubewerkshop ist ein Geldautomaten hab ich jetzt den Motor angemacht ja dann hebe ich mal was Motor aus 5000 oh Server startet in 60 Minuten neu so ich kann jetzt tanken hast du den Motor jetzt ausgemacht ich sitz drauf ja wie sollst du den Motor ausmachen ja ich bin dabei du brauchst das Sprit besser jetzt tanken jetzt wird er vollgetankt ist fertig ist fertig äh am setz mal am Tage die Nachtsicht ein das bringt ja mal überhaupt nichts so komm hier so jetzt hab ich grad nur mit rein ja ich kann auch gerade nicht achso bei dir auch okay Lagerbestand alle Waren aktualisiert so jetzt vielleicht ne ich kann immer noch nicht jetzt noch jetzt so warte mal ganz kurz so jetzt nachgucken ach ja ne 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 ich hab 4 FPS also alter das kann doch nicht sein wieso ist das so das Spiel mobbt mich ich guck mal auf welchen Grafikeinstellungen ich bin wenn mich das Spiel lässt heißt es Konfigurationen Grafik Qualität hoch 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 vielleicht sollte ich das alles mal nur mal auf Standard stellen mhm Standard ja das tut mir jetzt leid jetzt ist Schwarzbildschirm so wo wollen wir hin zum Apfelfeld warte mal ich bin so Schatten Schatten können niedrig wir brauchen Schatten Partikel Standard Wolken Standard 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 und Standard so Sichtverhältnisse Gesamt was weiß ich so ok weiter gut kann weitergehen jetzt hab ich 10 FPS anstatt 3 so wo müssen wir überhaupt hin warte ich mach Navigator so wo wollen wir hin Apfelfeld Apfelfeld ok Kopfermine wo ist denn das Apfelfeld Autohändler Apfelfeld ok du fährst jetzt die Straße gerade aus und dann rechts ok so hier hältst du dich jetzt rechts und dann über die Hauptstraße rüber oh ich hab grad 53 FPS oh ich bin begeistert jetzt sind bloß noch 48 ich darf das nicht loben dann geht sofort schlagartig runter so und jetzt wieder rechts ja und dann immer geradeaus und dann irgendwann links ah ich hab den Autohändler gefunden genau genau so und jetzt kannst du kannst du an sich parken denn hier links hoch ist die Apfelplanktage genau wow wow dieses Spiel ist echt geeignet zum Aufnehmen so lagfrei das geht gar nicht so aussteigen gut dann wollen wir mal schließt du zu oder soll ich ich kann es nicht zu schließen welche Taste drückst du du musst einfach nur mit deinem Mausrad machen hier umher laufen ach wir sammeln die automatisch ja du musst die mittlere Maustaste einfach auswählen dann fügst du die halt ach so oh